Hallo und willkommen bei einem neuen Video hier bei Last Gaming. Wir sind gerade in Krakau angekommen. Wir sind hier auf dem Marktplatz. Anscheinend hier ist noch ein Museum drin in dem Turm. Hinten ist so eine Markthalle, wo Souvenirs und sowas man kaufen kann. Hinten ist noch die Kirche. Und wir gehen jetzt gleich zur Burg. Also es gibt hier doch mehr zu sehen, wie ich gedacht hätte. Es gibt noch so einen Hügel, eine größere Kathedrale und tatsächlich die Fabrik von Schindler aus Schindlers Liste, wer den Film gesehen hat. Leider haben wir eigentlich nur einen Tag Aufenthalt hier, weil wir ja auf der Durchreise sind, wie ihr mitbekommen habt. Und deshalb werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, alles zu sehen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel nochmal kommen. Aber was heißt wohl oder übel? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Weil, wie gesagt, bei der Burg wissen wir es auch noch nicht. Da steht, dass wir Besichtigungszeiten zwischen einer und drei, vier Stunden haben. Und ja, es könnte heute sehr knapp werden. Deshalb schauen wir mal, was wir alles schaffen. Wir werden auf jeden Fall wieder kommen. Wir fahren auch wieder in die Ukraine. Und deshalb können wir das auf dem Weg gerade mitholen. Wir wollten nämlich auch noch nach Danzig die Kante oben im Norden. Die wollten wir noch abklappern. Aber auch nicht dieses Mal, sondern das nächste Mal irgendwann. Und ja. Von daher schauen wir einfach mal, was wir heute gesehen bekommen. Ihr werdet es ja an dem Video sehen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau.